Die Punkte sind bei dem Spiel so unnötig. Kein anderes Mega-Man-Spiel hatte Punkte. Und jetzt weiß ich auch, was diese kleinen Kugeln sind, die man da einsammelt. Das hat mir der Stefan erzählt. Da gibt es am Ende vom Level wirklich Punkte für. Und das war's dann auch. Traurig nicht. Wenn es wenigstens ein extra Leben gäbe, wenn man 100 eingesammelt hat oder so. Das wäre super. Das wäre super. Oh, ne, das war blöd. Ist sich die da eingefrieren? Ne, muss ich nicht. Aber es hilft. Ah, das war blöd. Aber Stefan hat mich gefragt, was das eigentlich für ein Item war, das ich in der Elecman Stage eingesammelt habe. Das war etwas, um diese Plattform hier zu erstellen. Ja, super. Die kann ich dann praktisch draufsteigen und, ja. Super praktisch. Ach man, ich vergesse immer, dass die durch die Leiter durchfallen. Ja, wie soll das gehen? Dann halt nicht. Oh, Nerven. Genau das wollte ich gerade. Oh, Nerven. Oh, Nerven. Oh, Nerven. Oh, Nerven. Ja, okay, weiter. Nicht zu lange aufhalten, weil das ist ja auch langweilig, ne? Ich erinnere mich dunkel. Ja, und dafür war das Item gut. Wenn man das Item nicht eingesammelt hat, dann geht's nicht mehr weiter. Fesch. Oh, okay. Kommt der Yellow Devil kommt als erstes, hm? Ja, super. Ach, komm. Gut, nochmal. Das hab ich doch früher auch hinbekommen, ohne getroffen zu werden. Wie hab ich das gemacht? So. Ja, genau. Aber dann vergessen, dass noch was kommt. Super, super. Ja, 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 gut. Ich glaub, ich nehme doch wieder diese Waffe. Aber dann geht's Something. Ja, warum mache ich das? Warum mache ich das? Oh, das wird knapp. Ich glaube, das ist auch mein letztes Leben. Das heißt, ich habe das Level eventuell vielleicht... Ja, ich lasse es nochmal machen. Super. Gut gemacht, Dirk. Warum habe ich das jetzt eingesammelt? Das war so unnötig. Ich sage vor allem noch, wie unnötig diese Kugeln sind. Und was ist? Ich darf zurück, um Sachen zu sammeln. Oh. Warum auch nicht? Jetzt seht ihr, der Punktestand ist jetzt eh wieder zurückgesetzt worden. Hätte es eigentlich können, dass das reicht. Ach. Ist ja gut. Ja. Kannst du nochmal Wie ist es? Ich glaube doch so Wobei, was soll man jetzt hier machen? Ich kann mich hier doch nur treffen lassen, oder? Jetzt sogar gleich zweimal Warum ist er jetzt anders gesprungen? Kann nicht Ich will euch ja nicht langweilen Okay Es wurde vor ein paar Wochen Megaman für Super Smash Bros. angekündigt Und ich habe mich da richtig drüber gefreut Dann kommt er auch nochmal runter Hallo? Ja, wie soll ich da hochkommen? So, bitte, kommst du runter? Ja, ja, ja Toll, toll Was hätte ich da jetzt machen sollen Warum war die Plattform jetzt da oben? Und gleich nochmal, genau Früher nie aufgefallen, dass die Plattform ist? Bitte? Bin ich gerade durchgefallen? Das Video schaue ich mir nochmal an Und ich lerne nicht dazu Und ich lerne nicht dazu Okay, gut Nochmal von vorne Superspannend Weil ich bin durch die Plattform durchgefallen, oder? Es sah für mich so aus Ich glaube, ich werde mir da auch nochmal das Let's Play ansehen Zu schauen, ob ich da durchgefahren bin Normalerweise mache ich das nicht Weil ich hasse meine Stimme Ich hasse es, meine Stimme zu hören Weil es nicht mehr unbedingt die Stimme ist Es ist mein Dialekt Ich als alter Mannheimer finde das so schlimm Mich selbst reden zu hören Oh, zu schön Nein Nein Mit jedem Versuch werde ich schlechter Super Aber dafür komme ich jetzt bestimmt da dran Nein Großartig Jetzt komme ich nicht mehr Oh mein Gott Wie dämlich Ah, okay Weiter Aha Ich habe dazugelernt Ich habe aufgepasst Das war's mit Aufpassen für heute Oh, jetzt kommt er schon Mal schauen, ob ich jetzt eine Chance habe Wenn ich mich überhaupt nicht treffen lasse Könnt's klappen Ich kann natürlich auch cheaten Und diesen Trick mit der Waffe von Elecman nutzen Aber Nein Du könnt ja auch Safestates nutzen Hahaha Nee Das mache ich nicht Das mache ich auch nicht so Das mache ich jetzt Daher geht's Das mache ich dir Die Save-States benutze ich nur, um zwischen den Leveln zu speichern, wenn ich am nächsten Tag weitermachen möchte. Aber ansonsten sind Save-States für mich ein absolutes No-Go. Die Save-States benutze ich nur, um zwischen den Leveln zu speichern, um zwischen den Leveln zu speichern. Die Save-States benutze ich nur, um zwischen den Leveln zu speichern. Die Save-States benutze ich nur, um zwischen den Leveln zu speichern, um zwischen den Leveln zu speichern. Die Save-States benutze ich nur, um zwischen den Leveln zu speichern und dem Leveln zu speichern. Gut. Aber jetzt. Da 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 da. Ja, auf jeden Fall im Trailer zu Super Smash Brothers sieht man am Ende auch den Yellow Devil. Oh. Und ich hoffe, dass der auch im Spiel vorkommt. Das wäre großartig. Okay, also wenn ich nicht komplett bescheuert bin, dann müsste ich ihn demnächst besiegt haben. Jetzt wartet man doch nur darauf, dass ich ihn jetzt noch verliere. Ja. Bäm. Lang genug hat's gedauert, aber jetzt hab ich ihn besiegt. Okay. Bäm. 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 Vielen Dank.